Was ist Politik? Ein Muster, eine Kraft oder Content? Eine YouTube-Frage. Es kann beides sein. Zudem können die Grenzen fließend sein, je nachdem unter welchen Gesichtspunkten man die Dinge betrachtet. Illustrieren wir diesen komischen Satz an der jetzigen Frage. Muster. Politik scheint ein profanes Mittel zu sein, um nach einem kulturellen Untergang einer Gesellschaft wieder eine neue Hochkultur zu erzeugen. Dieses Muster kann man aus dem Kommen und Gehen der bisherigen Hochkulturen ableiten. Wieso ist das so? Welche Kräfte treiben Menschen an, der Politik zu vertrauen und oder der Politik beizutreten? Um sich dieser Kräfte bewusst zu werden, müssen wir unser Verhalten weiter zerlegen und dabei Muster aufzeigen. Wir sezieren also weiter unsere Gedanken und bleiben beim Wieso vertrauen wir? Für das kleine Individuum ist es sinnvoller, sich eine Regel zu merken, als viele einzelne Regeln. Was der Große sagt, bewahrt mich vor Unheil. Sich diese eine Regel zu merken, ist für den heranwachsenden Organismus effizienter, als sich viele einzelne Regeln zu merken. Greif dort nicht hin, Vorsicht, dort könnte es dich verbrennen, Vorsicht Strom und so weiter. Dieses Muster wird uns ins Bewusstsein gebrannt und kann als neue Kraft unser Verhalten maßgeblich beeinflussen. Die Kraft, wieso wir dieses Muster in unser Bewusstsein brennen lassen, ist das Verlangen nach dem Dazugehören und die Angst vor dem Alleinsein. Während der Geburt fühlen wir eine extreme Geborgenheit. Wir fühlen uns nicht alleine, wir fühlen uns eins mit der Mutter. Durch die Geburt werden wir in eine Welt geschleudert, wo scheinbar alles im Äußeren passiert. Getrieben durch das Verlangen, dieses Urgefühl der Geborgenheit wieder zu erfahren, beginnen wir die Reize dieser äußeren Welt zu verarbeiten und interpretieren sie mal bewusst, mal unbewusst. Die evolutionsbiologische Regel, alles was der Große sagt, bewahrt mich vor Unheil, wird so zu einer neuen Kraft unseres Bewusstseins. Wir nehmen diese Regel kritiklos hin, weil wir unbewusst hoffen, dadurch dem Urgefühl Geborgenheit näher zu kommen. Antreiben tut uns also die Angst vor dem Alleinsein. Im Erwachsenenalter ist diese Regel des Geführtwerdens zu einer neuen Kraft geworden. Wir vertrauen kritiklos dem Lehrer, dem Chef, dem Politiker und irgendwann glauben wir dann an einen Herrgott. Unser Verhalten wird dann nicht nur noch von der Kraft angetrieben, dem Wunsch des Dazugehörens, der Angst vor dem Alleinsein, sondern auch des Folgenwollens. Je nachdem, welches Muster sich mehr oder weniger in das Bewusstsein des Individuums brennt, kann es zu einer neuen Kraft werden, die das Verhalten des Individuums wiederum beeinflusst. Widmen wir uns dem Wieso gehen Menschen in die Politik. Angetrieben durch das Urverlangen des Dazugehörens, des Nicht-Alleine-Sein-Wollens, gruppieren sich Menschen. Dadurch entstehen Interaktionen und Muster und wiederum neue Kräfte, die unser Verhalten prägen. Auf der Suche nach dem Urgefühl des Nicht-Alleine-Sein-Wollens haben die einen mehr, die anderen weniger Glück. Glück unter Anführungszeichen. Die einen können ihre angeborene Gabe in der Gesellschaft besser ausleben als die anderen. Dadurch reißen sie Menschen in ihrem Umfeld mal mehr, mal weniger mit. Durch das Mitreißen der Menschen bekommen sie Aufmerksamkeit. Und dieses Muster wird zu einer neuen treibenden Kraft ihres Verhaltens. Getrieben durch den Wunsch, immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, wird der eine Politiker, der andere Wirtschaftsmagnat, Rocker, wiederum ein anderer, ein spiritueller Guru. Glück deswegen unter Anführungszeichen, weil die Suche in der äußeren Welt keine Befriedigung liefert. Eine Erkenntnis, die wir aus dem Muster der unzähligen unglücklichen Politiker, Popstars, Sternchens und Gurus ableiten können. Ein paar wenige durchbrechen dieses Muster und wenden den Blick nicht nach außen, sondern nach innen. Dabei erfahren sie eine Welt, die nach anderen Mustern, nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die äußere Welt. Sie beginnen die Geborgenheit wieder zu fühlen. Sie erkennen, dass die Geburt nur eine Illusion ist und dass sie nie getrennt waren von dem, was unser Universum aufbaut. Umso mehr sie dann von dieser äußeren Welt ablassen und anderen helfen, dieses Muster zu erkennen, umso mehr verstärkt sich das Gefühl des Einsseins bei ihnen. Da aber unser Organismus perfekt für die äußere Welt angepasst ist, und das nicht nur auf organischer Ebene, sondern auch auf intellektueller Ebene, ist die Beschreibung dieser neuen Welt, die man nicht begreifen, sondern nur fühlen kann, für diejenigen, die sie noch nicht fühlen, sehr schwierig. Hier merkt man schon, dass Muster, Kräfte und Regeln keine starren Einheiten sind, sondern fließende Übergänge. Es handelt sich nur um Worthülsen, die wir verwenden, um Bilder in unseren Köpfen abzugleichen. Das gelingt sehr gut, wenn wir über Materielle, also Dinge in der äußeren Welt reden. Es wird schwieriger, wenn wir über die innere Welt oder über Gefühle reden. Denn wie erklärt man jemanden, der noch nie geliebt hat, Liebe? Okay.